Tschüss. Hm, war ich da drin schon? Schwupp. Nix besonderes mehr. Oh, fliegende Slimes. Autsch. Wart ihr eigentlich schon in einem anderen Biom aus dem Schneegebiet? Hm, hm. Okay. Ähm, Alex war in der Corruption. Wo? In der Corruption, das ist die Korruption. Ah ja, okay. Ist die links oder rechts von uns? Äh, links. Okay, falsche Seiten. Und was machst du gerade? Ich bin Kantenarmina. Ziemlich weit weg. Ja, ich bin, ähm, dort weiter gelaufen, wo wir, ähm, unsere Sachen wieder gefunden haben. Okay. Das war ein langes Hauptkampf. Ja, ja. Und du wirst wieder sterben. Nein, 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 nein. So, ja, nun nicht. Ein bisschen wenig Minen. Soll ich dir was mitbringen, Shadow? Ich komm gerade zu dir. Yes. Was hier ist? Was hast du bekommen? Ah, da ist der See. Okay. Neuland dann ab jetzt. Ah, der Slime kann nicht bremsen. Ah, Sandgipium. Müsste. Dann sieht es auch. Ja. Hier ist ein Krippstein. Von? Okay. Nein, ich habe gerade drei Live-Quizzen gefunden, ne? Das ist echt... Lukas, kann es sein, dass du öfter stirbst? Ne, Alex. Nein. Hm? Ein bisschen Kakteen mit mir. Die Pille ist unter uns und... ...läuft da irgendwie rum. Ah, jetzt sehe ich, wo er reingegangen ist. Äh, jetzt kann sein, dass du mit meiner Meinung nicht verwechselst. Obwohl, so weit habe ich nicht gebaut. Nee, ich glaube, so weit warst du nicht. Shadow bleibt bestehend. Ich? Wieso? Ich muss sein, dass du das Shadow hast. Und dann läuft. going mi. Oh, der Slime hat den schon gekillt. Veröse Slime. Da kann ich den Fisch einsammeln. Kannst du reißen. Das ist richtig. Größere. Wollen wir ein echtes Auge besiegen? Wollen wir stark genug sind? Sind wir doch. Sind. Zum Dritt. Die letzte Fünfte. Durch die Zahl. Nehm ich gerne mit. Oh. Wo ist denn die? Apfaska. Tak, tak, tak. Wasserblatt. Oh das ist doch. Eine Eisenerzart. Charlie kannst du mich wieder bewegen. Eine Kiste gefunden. Mit. Unwichtigen Zeug. Aha. Ne Kiste mit. Hm. Sehr gut. Ist gleich wieder neues Zeug. Eine Kiste mit. 72 Leuchtstäbe. Ist das cool? Wie viele. Wie viele. Wie viele. Wie viele. Wie viele. Ich bin da unten. Gut. Schrogen. Äh. Komm. Fack. Ich hasse es wenns dunkel ist. Ooooooh. Jellyfisch? Lieblich. Hmm. Sind dann Wasser rein. Da kommt schon wieder ein Wüsten-Bio. Was machst du da? Hallo! Pille, bist du schon wieder draußen aus der Höhle? Ja, nein, vielleicht. Gerade am sterben? Mach's gut. Aber die Mamas war echt. Ich höre dich doch. Das war süß. Da hatte ich einfach der Schleim runtergeklagen. Oh, hier sind die Vasen. Oh, hier ist Corruption. Da kommt auch Corruption. Ja. Okay, nice. Das sind für mich zu viele Viecher. Von allen Seiten. So, da ist schon alles abgegraben. Hm, ne Kiste. Was haben wir denn hier? Okay, Schnürsenkelkappe. Ausrüstungsgegenstände, das ist cool. Helm? Da rein. 5% mehr Geschwindigkeit. 5% mehr Geschwindigkeit. Da war doch noch irgendwas ausrüstbares. Ja. Uh, danke. Brauchst du denn nicht? 20% mehr? 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 Ich hab gedacht ich hab noch irgendein Ausrauszugsteil gefogen. Granaten? Oh, nicht schlecht. Shadow, ich verabschiede mich. Warum kriegst du raus? Kein Verreckenhalle ohne Witz. Was ist das? Uaaah. Oh ne, ich bin vom Server geflogen. Fuck, ich sterbe hier. Shadow, Shadow, oder bin ich jetzt vom Server geflogen? Was ist denn? Jetzt lockst du dich wieder ein, hast keine Lust auf die Hütte rauszugehen und dann irgendwie bist du wieder zu Hause. Puh, nochmal Glück gehabt. Und warum? Weil ich gerade von hässlichen Gegnern angegriffen wurde. Ach, klappt das so einfach? Wenn man einfach auslockt, dann startet man wieder beim Spawn. Aber wenn du dich auslockst, dann ist das Server aus. Wie war das vorhin mit, du cheatest nicht? Noch nicht, Shadow. Willst du den Server ausmachen? Wie? Willst du den Server ausmachen oder was? Hä, wieso? Na, ich wüsste, ich hab gerade irgendwas in der Hauptverstanden verstanden. Nee. Das war bloß die Frage, wenn man sich normalerweise auslockt, dann startet man wieder beim Spawn oder wie? Wieso? Wieso wüsste ich mir gerade irgendwas unterstellen? Weil ich dich kenne? Weil ich dich kenne? Ja, das hört sich echt unglaublich an. Das ist ja eine Freshheit. Das ist ja Blasphemie. Blasphemie, hm? Schau mal, was Syltra macht. Ich bin ohne Hermina. Und ich sterbe hier außen. Wie seid doch alles Hexe? Ah, shit. Ich sterbe wirklich. Nein! Eieieiei. Du warst ein mieser Tod. Ich sah die eigenen Innereien rausquellen. Das ist ja herrlich. Ah, war da irgendwas Wichtiges? Ach, mein Speer. Toll. Die NPCs kommen doch rein. Schauen wir mal, vielleicht kriegen wir sie irgendwie rein. Ey. Geht doch. Und was ist mit dir, Schwester? Komm. Das wirst du doch wohl hinkriegen, oder? Na also. Ein bisschen der KI geholfen. Alter, jetzt gehen sie vorne wieder raus. Wie zu viele Augen. Tschüss, Krankenschwester. Ich hab ne Linse. Was hab ich denn noch? Ich hab noch ein bisschen Holz. Kann ich doch aus... ...Holzklappen machen. Ja, du brauchst noch Linse. Wenn wir Chutolu... ...das Auge holen wollen, dann brauchen wir welche. Wie viel brauchst du ungefähr? Sechs. Genau. Wie warst du? Ich bin grad drauf gegangen. Ich hab nix mehr. Halt, ne, doch. Eine hab ich im... Ich hab vier Linse. Noch eine, aber die kann man sicher farmen. Hier. Hier. Ja. Jetzt brauch ich bloß... Häschen. Vogel. Du hast dir die Arme wegreißen lassen. Warum tust du sowas? Ja, von den Augen. Boah, ich bin so weit gereist, ey. Jaja, das Problem hab ich auch. Ich glaub, mein Zeug seh ich nicht mehr wieder.